Darum? Bruchstücke von unserem Schiff? Okay. Decke meinen Rücken. Dieses Schiff ist ein Grab. Ja, das wissen wir. Gott, läufst du komisch. Achso, du bist ja auch ein Roboter. So, du wirst erst mal hier warten. Lasst meine Frau in Ruhe. Alter Schwede, das Rücken hat uns richtig schwer getan. Er wäre beinahe kaputt gegangen hier. Rüstung an. Du kannst kommen. Ja. Ja. Kann ein wenig prickeln, aber bitte schön festhalten. Ist ein bisschen Strom drauf. Psst, psst. Und Konrad, tut mir leid. Du gehst zuerst. Ich warte hier. Physikle die Tür hinter uns. Alter Schwede. Ist ja schön, wenn die Tür hinter uns versiegelt ist. Aber vor uns werden auch noch die Freaks aus dem Killer kommen. Da ist auch der Killer hinterher. Oh, ich brauche dringend Hilfe. Die Kakerlake. Eine riesige Kakerlake. Alles klar. Ich komme. Moment. Ich sehe da eine neue Waffe für uns. den Hyperblaster. 500 Schuss sind drin. Den heben wir erst mal ein bisschen auf. Nur ein kleines Medi-Pack. Eigentlich wieder umsonst. 1.000 Schuss Hyperblast. Sehr gut. So und jetzt? Achso, ich muss auf die... Lichtströmung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dieser Schiffscomputer ist sehr widerspätig. Er will uns nicht in den Hopkern lassen. Oder haben. Ja, okay. Jetzt soll ich es machen. Okay. Einmal. Erst den Hyperblast. Okay, jetzt kommt das nächste dran. Ein bisschen Flammenwerfen nicht nehmen. Okay, jetzt haben wir nur noch einen. Was ist der hier? Und das ist noch eine Betäubungsgranate. Das ist sehr interessant. Ich soll irgendwas deaktivieren da drüben an der Wand. Da. Komm schon, komm schon. Ach, Mann. Die Waffe ist so scheiße. Oh, oh. Der Waffe ist so scheiße. Ha, ha, ha! Die ist steil! Was ist jetzt bloß? Oh! Oh! Wir haben was geschafft! Ja! Tür ist schon offen! Wir spielen trotzdem weiter! Wie lange? Ich fühle dich. Mia! Er ist so stark. Ich dachte, ich könnte ihn überrasen. Wer? Klein. Klein, wer? Walter E. Klein. Der Geist in der Maschine. Oder vielleicht ist es der anderen Weg. Diese Station ist nicht allgemein. Es wurde von Intex Corp. 357 Jahre alt. Für den Klein-Phoenix. Was? Die Firma machte das? Warum? Experimental nanotechnologie, basiert auf Alternative Evolution. Klein war, dass, als die Welt der Terraformen sind, und unverlässlich, Menschen können sich an die Planeten anbieten. Sie testeten die Prozesse auf Mikroorganismen von der Eiswelt below. Das machte in Stunden, was dauert Millionen Jahre auf der Erde. Und etwas ist falsch. Ich habe das Stück. Die Kontakt wurden verloren. Intex hat gesagt, ein mechanisches Fehler hat die Station zu verbrechen. Klein war der Hauptsache, der Kliniker der Hauptsache. Er hat die Programme entwickelt. Es ist noch nicht weiter. Es hat uns in gesetzt. Es hat uns verbrechen. Was tun wir? Wir können nicht diese Technologie verlassen. Wir werden mit dem Demolitionen verbrechen. Wir werden mit dem Anbieter Wir können nicht mehr nachdenken. Es ist zu gefährlich. Entstanden. Wir müssen die Anbieter für die Selbstdestruktive Nodes und dann arm sie mit der Hand. Ein weiterer unmöglicher Mission. Meine Spezialität. Okay. Wait für mich hier. Ich komme zurück für dich. Entschuldigung, dass wir nicht Freunde haben. Wer sagt, dass wir nicht? 9.30 Uhr bei Sieg.